Es freut uns ganz besonders, dass heute knapp 600 Kolleginnen und Kollegen aus ganz Österreich zur Remax Austria Convention hierher nach Linz kommen. Tolle Keynotes, interessante Breakout Sessions und eine ideale Möglichkeit, sich auszutauschen und sich weiterzubilden. Ich freue mich auf einen wirklich spannenden Tag. Die Motivation hier bei der Convention ist sehr, sehr positiv und wir sind überzeugt, dass das Jahr 2024 ein gutes Jahr wird. Bis zum nächsten Mal. WEMAX Convention 2024, für mich wieder einmal ein Volksdesk, man hört es vielleicht hier im Hintergrund, es ist Gelächter, es ist Spaß, es ist Freude und es ist erst der Vormittag. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was heute hier noch passieren wird. Mir tut es fast ein bisschen leid, dass ich nicht mehrere Häuser zu verkaufen habe, denn ich hätte so viel Spaß auch beim Verkaufen. Mein Vortrag heute war über Künstliche Intelligenz mit einer ganz wesentlichen Botschaft. Made by Mensch wird das wesentlichste Erfolgskriterium sein, aber wenn ich mich hier umschaue, mache ich mir keine großen Sorgen. Ich freue mich schon auf die nächste Convention. Denkt daran, ihr könnt aktiv in eure mentale Fitness und emotionale Balance investieren. Mit täglichen kleinen achtsamen Übungen, Übungen der Dankbarkeit, hoffnungsvoll nach oben schauen, können wir unser Gehirn unterstützen und unsere Happiness-Hormone zum Grooven bringen. Es wurden die Gemeinsamkeiten zwischen einer Fahrt auf der schwersten Opfer der Welt, der Kitzböller Streif und unser aller Leben bestehend. Es geht dort wieder um Motivation, um Einstellung, um Belastbarkeit, um Vorbereitung, um Durchhaltevermögen und so weiter. Also, ich freue mich drauf, schauen wir, wie es ankommt. Ich freue mich, 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 wie es ankommt.